Die Kriminalstatistik für 2018 ist da. Die Österreicher wissen viel zu wenig über den Holocaust und ein weiteres Bergsteiger-Drama. Das sind unsere Schlagzeilen heute. Hallo und herzlich willkommen auf KRONE TV. Die Kriminalstatistik für 2018 ist jetzt öffentlich. Im Innenministerium wurden heute die Zahlen zur Kriminalstatistik 2018 präsentiert. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 472.981 Straftaten in Österreich angezeigt worden. Im Vergleich zum Jahr 2017 bedeutet das ein Minus von 7,4 Prozent bzw. 17.290 Anzeigen weniger. Damit gab es erstmals seit 20 Jahren weniger als 500.000 Anzeigen. Gestiegen ist wiederum die Aufklärungsquote auf 52,5 Prozent. Eine weniger erfreuliche Statistik. Die Claims Conference, ein Zusammenschluss jüdischer Organisationen, hat eine Studie zum Holocaust durchgeführt. Und die zeigt, das Wissen der Österreicher zum Thema ist durchwegs mangelhaft. 56 Prozent der Befragten wussten nicht, dass das Naziregime sechs Millionen Juden ermordet hat. Auf die Frage nach Konzentrationslagern in Österreich konnten 42 Prozent der Befragten das oberösterreichische Mauthausen nicht nennen. Für die Studienautoren ein großes Problem. Man scheitere daran, junge Menschen zu unterrichten und die Folgen würden furchtbar sein, hieß es zur Präsentation der Ergebnisse. Die Studie wurde am Donnerstag veröffentlicht, nämlich an Jom Haschoa, dem Gedenktag an die Opfer des Holocaust. Staatssekretärin Caroline Edstadler hat angesichts dieser Ergebnisse das Ziel ausgegeben, dass alle Schüler, Migranten und Asylwerber das ehemalige KZ Mauthausen besuchen sollten. Jeder solle einmal in seiner Schulzeit die KZ-Gedenkstätte Mauthausen besuchen, meinte Edstadler. Aber das gelte auch für alle Migranten und Asylwerber, die neu in Österreich sind. Nur so kann eine Aufklärung über die schrecklichen Ereignisse erreicht werden, sagt Frau Edstadler. Ein weiteres Drama um einen heimischen Bergsteiger. Im Himalaya-Massiv in Nepal ist wieder ein Österreicher gestorben. Der Soldat und junge Familienvater aus der Steiermark wurde tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Er war mit Kollegen auf dem Weg zum Mount Everest gewesen. Als mögliche Ursache wird Höhenkrankheit angenommen. Der 31-Jährige hinterlässt eine 16 Monate alte Tochter. Seine Lebensgefährtin ist mit einem weiteren Kind schwanger. Mit 2023 soll die kalte Progression jetzt doch abgeschafft werden. Das hat Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs von der FPÖ verlautbart. Die kalte Progression entsteht, wenn zwar die Einkommen jährlich an die Inflation angepasst werden, nicht aber das Steuersystem und die Steuertarifstufen. Das hat den negativen Effekt, dass automatisch mehr Steuer bezahlt werden muss. Ein Ende dieser kalten Progression war im Wahlkampf eigentlich noch fixes Wahlversprechen. Nach der Wahl wurde die Regierung aber zurückhaltender. Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte am Dienstag noch, er halte die reine Abschaffung der kalten Progression für nicht besonders sozial, da diese vor allem besser und Spitzenverdiener entlasten würde. Laut Staatssekretär Fuchs soll es jetzt doch eine Lösung geben. Und Bundespräsident Alexander van der Bellen warnt vor Zensur. Im Vorfeld des Internationalen Tages der Pressefreiheit am Freitag schreibt er auf seiner Website, wer die Pressefreiheit angreife, gefährde einen Wesenkern der Demokratie und versuchte Einschüchterungen von Journalistinnen und Journalisten wären eine klare Grenzüberschreitung. Laut dem Pressefreiheit-Ranking von Reporter ohne Grenzen hat Österreich seine Einstufung als Land mit guter Pressesituation verloren. Das war soweit das Wichtigste vom Tag. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenausklang und einen guten Rutsch ins Wochenende. Schön, dass Sie bei uns sind.